5 geht ja schnell so wie war das Bricks brauchen wir können wir ja hier schmelzen 200 rein und gib ihn ich habe 200 stein und es kommen nur 20 raus ihr wollt mich doch verarschen na jetzt nimm doch oh geht auch so ach dafür brauchst du wieder die Pickaxe oder was so gucken wir mal ich brauche 500 wir haben 2 3 4 wenn ich das abgebaut habe da hinten haben wir 500 na wird es nicht den stein mitnehmen jedoch baum fällt blub so wie war das habe ich nicht ich habe keine Birke bekommen Borkke denn nicht bereit da 20 30 so da noch rein Holz den haben wir 50 das müsste bald fertig sein ah ja genau hier zack erstellen ha meine Brust ist fertig wie sieht denn die aus nice und die Tunika kann ich die verbrennen stimmt nicht ok ok äh kann ich den nicht wegschmeißen ausrüsten mehr färben kein färbemittel in den Winter man kann jetzt schon färben ich dachte das kommt erst später aber ok doch wie sieht's denn mach mal das Ding weg ja fast nicht schön aber selten und wie lange es dauert bis es hergestellt ist ist schon krass du machst weiter Borkel die kann ich ja draußen wieder zum verfeuern nehmen äh rein und an und hier nehmen wir noch ein paar Pfeile ein ja machen wir drei Pfeile dann brauchen wir hundertfünf fast schon ähm Eisen wie war das nochmal Map ja komm blatt schneller danke äh Ressourcen wir sind hier und da oben ist Eisen das bedeutet wir gehen hier lang da hoch und dann ist da Eisen sollte ja kein Problem sein hoffe ich aber ich glaube wir sollten lieber warten bis äh unsere Rüstung fertig ist bevor wir nach da oben gehen ich habe keine Lust auf äh auf Komplikationen mehr Leben lernen kann ich das Bett bitte bitte ja Bett freischalten auch geil okay was machen wir noch das hier dann haben wir das komplett dann kann ich noch die Hände herstellen die brauchen fünf Zwirnen haben wir doch eins zwei drei vier fünf und zwei Pfeile nochmal fünf Zwirnen Moment ah ok die Schuhe hat er schon uh neue Hose ha äh ablegen hm cool man kann die Füße gerade so äh ähm apropos Füße neue Füße haben wir jetzt auch ha sehr geil es wird langsam jetzt fehlt nur noch ihr die Arme und vielleicht noch ein Schild wäre nicht schlecht wenn wir losziehen ein bisschen Stein nehmen wir auch noch mit wo schon mal hier sind ein paar Stöcker na komm und neu hergestellt läuft ich freue mich schon auf das Schild ich frage mich wie 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 man das verwendet und Bett wir können ja ein Bett machen stimmt hier 10 Zwirn okay 10 Zwirn herstellen bitte und 20 Tierhaut aus auch Tierhäute wie kann ich das Ranzbett hier weg machen haben wir denn hier noch genug ja haben wir können wir noch ein Schild herstellen Tierhäute haben wir hier noch dann machen wir noch oh wir brauchen Holz dann sind wir gerüstet falls wir sterben können wir immer wieder da spawnen wo unser Bett ist komische Blätterding da brauchen wir genau nicht mehr ein Weg Ding da ein bisschen Fiber nehmen wir auch noch mit wenn man schon mal hier ist nein wer Krokodil oh ja du schon wieder oh Gott nicht mehr Papa Schlumpf komische Gürteltasche hier so ab nach Haus könnten wir ja durchbraten lassen so Samen noch das das brauchen wir nicht kann man machen da rein Reiber Holz das kann man auch anziehen zack das kommt weg und oh stimmt ja braucht ihr die Dinger noch für ein Bett für ein ordentliches so herstellen dann kann ich das hier einmal weg machen passt ist noch am durchlaufen das ist gut unser Schild ist auch fertig können wir ja so machen dann könnte man ja das Schwertchen noch mal kurz reparieren denn es ist voll so drei vier blocken schlagen blocken schlagen sehr geil so dann kann ich ja das wo stelle ich denn das richtige Bett hin hier in die Ecke könnte ich die Schmiede machen da kommt die Schmiede hin wenn da überhaupt noch ein Nebenplatz ist denn ich packe das Bett einfach da hin das passt schon dann kann ich das ja zerlegen brauchen wir nicht mehr wir haben jetzt ein ordentliches Bett oh Gott wie groß das ist ich bin gleich neben der Werkbank hin tada Bett interagieren sehr gut dann könnten wir ja eigentlich losziehen ein bisschen Eisen sammeln Ast das passt Moment zur Not nehme ich mir noch Essen mit nicht ja auf die Liste legen Ausgang da oh da ist ein Kroko nee da ist auch ein Kroko ernsthaft wie viel Krokos so gucken wir mal ob wir das Kroko so einfach jetzt im Nahkampf weg machen können na nee können wir nicht was es aushält passt es nicht dachte ihr jetzt mit meiner Rüstung können wir das viel locker weg machen ok einmal was essen trinken kann losgehen gut dann müssen wir noch bisschen mit Pfeil und Bogen arbeiten mhm dein Viecher da können wir doch einfach dran vorbei rennen oder Hyruine ach du scheiße kacke man 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 krass muss mich erstmal ausruhen ich hab da schon gute Rüstung verdammt kann doch nicht wahr sein so Belastbarkeit Vitalität ich hab dafür nicht den na ok den geh ich in Stärke wie bitte Sandsturm was ein dicker fetter Sandsturm cool aber ist ungünstig eigentlich wollte ich da jetzt äh Eisen holen gehen bin ich eigentlich noch auf dem richtigen Weg zum Eisen äh Ressourcen da muss ich eigentlich da ist ein Rino sehr ungünstig was sind denn hier so viele Viecher was will mich ha nicht mit mir diesmal nicht ich fass es nicht es wird jetzt richtig dunkel dann muss ich wohl sieben benutzen ja wow na auf zu ruggeln ja wo wer verkackte Hygiene willst du mich geh weg noch einer wo nein alles safe alle oh ich höre auf zu ruckeln so ob das so gut ist dass ich jetzt hier bei Nacht hier lange laufe ich weiß es nicht glaube ich richtig richtig ungünstig genau deswegen das so gut ist ich weiß es nicht mehr das so gut ist also ich kann es nicht mehr aber ich kann es nicht mehr es kann es nicht mehr Der Vogel, ey.